Musik Im Rahmen des Projektes Apfellatein fand am vergangenen Donnerstag in Zusammenarbeit mit dem Mitteldeutschen Netzwerk für Gesundheit e.V. in der Weißenfelser Christophorus Schule ein Projekttag unter dem Motto Gesund und fit macht alle mit statt. Die Förderschule mit Ausgleichsklassen ist eine Schule in freier Trägerschaft des christlichen Jugenddorfwerks Deutschland e.V., kurz CJD genannt, die sich in ihrer Arbeit vorrangig um Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung kümmert. CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland mit 9.500 Hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Seit einem halben Jahr ist die Förderschule mit Ausgleichsklassen Partner des erfolgreichen Projektes Apfellatein. Sie ist die zehnte teilnehmende Schule und hat das Gesundheitskonzept als Unterrichtsfach integriert. Am Projekttag gab es verschiedene Stationen, weil sie sich mit den Schwerpunkten gesunde Ernährung, Bewegung und dem Einblick in die Natur beschäftigten. Mit viel Freude nahmen die ca. 35 Schüler die verschiedenen Angebote an und kreierten zum Beispiel leckere Smoothies, lösten Fragen über die heimische Natur und bewältigten einen Hindernisparcours. Der Abschluss dieses besonderen Tages fand sich in einem gemeinsamen Essen und der anschließenden Übergabe der gesponserten Urkunden und Präsente vom Mitteldeutschen Netzwerk für Gesundheit e.V.